Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zato Ibci. Wir nähern uns wieder dem Wechsel der Horoskope, deshalb gibt es dieses Mal die Jungfrau. Auf geht's! Ich habe mir überlegt, dass ich die Jungfrau in einem weißen Kleidung möchte. So. So. Das ist der Kopf. Den hat sie ein bisschen eingedreht. Ich mache meine Farbe dran. Und jetzt kommen noch die Haare meiner Jungfrau in blond. Das ist meine Jungfrau. Schön, dass ihr da wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann! Wenn ihr mich weiter supporten wollt, guckt auch auf den anderen Kanälen vorbei und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao!